was geht ab freunde nacht und herzlich willkommen zu einer neuen gruselhorror psycho folge von hellblade sinua sacrifice wir machen hier an der stelle weiter wir haben davor eine prüfung bestanden und zwar diesen miesen miesen vater zu entrinnen das haben wir geschafft und jetzt schauen wir mal was das nächste für eine prüfung ist ich wünsche euch jetzt viel spaß dabei ihr wirst ja supportet es das wäre nice und jetzt geht's los in exchange for a drink from mimi as well the world of wisdom in blöds there can be wisdom only by giving can you receive in return for this reason i give my life and pass on my stories of the northmen to you senua okay where am i i can't see shh who's there can you hear me jay i'm right here can you see me no help me breathe slow it's the darkness stay still empty your thoughts okay wenn ich in der richtigen richtung bin vibriert das pad was zur hölle ist hier los die prüfungen gehen weiter the others the voices they've gone i'm still here so quiet so dark it's okay listen to your own breath rise and fall good be aware of everything you hear and feel okay here knistert was oha oha das ist nett von dir dillian hier vibriert wieder das pad jetzt allerdings ist es ganz ruhig Ah, okay. Wasser. Okay. Ein bisschen spooky, würde ich mal sagen. Okay. Aha. Okay. Ja, Senua, wir geben auch unser Bestes. Okay, das zum Beispiel, dieser Part hier gefällt mir richtig, mal was völlig anderes. Okay. Dann gehen wir mal über hier die Treppe hoch, würde ich sagen. Die Treppen. Okay. Okay. Oha, das muss Wege teilhaben. Ich sehe ja noch nicht mal, was es ist. Hier vorne ist irgendwas. Hä? Okay, wenn man zu nah rankommt, wird der Bildschirm rot. Oh Gott, was mache ich hier nur? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier kannst du mich auch nicht sehen. Sind wir damit einverstanden? Ja. Wunderbar. Oh. Oh. Ich bin doch nur hier dran vorbei. Was ist denn hier los wieder? Oh mein Gott, was sind das für Geräusche. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist das nächste. Ah, hier kann ich schon mal nicht entlang. Ja, fein. Ich sollte wohl nicht ins Feuer gehen. Oh no. Ey. Warum immer ich? warum muss ich immer so passagen haben und spielen was sind das nur für geräusche ich bin einfach nur an euch vorbei ich tue ich nix dann tut ihr mich auch nix ok perfekt überall diese gruselfiecher und bewegt es sich denn ich sehe es doch gar nicht der kann mich auch nicht sehen komm schon ein bisschen glück kommen wir hier an euch alle vorbei perfekt das muss man wieder hier entlang gehen so der geht nach rechts super danke dass den weg frei macht das echt nice von dir ich sehe es nicht dann sieht es mich auch nicht richtig ja fein so ein scheiß stein das gibt es nicht nein 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 kommt schon macht man kein quatsch hier und als feuer vorbei hier ist türchen haben wir es jetzt geschafft bitte was waren das für fücher mit natürlich noch mehr davon Okay. Geht sie nicht entlang? Doch, hier auf so einen Pfarrer. Oh nein. Wir müssen das Gleichgewicht halten. Nein, was machst du denn? No! No, was passiert? Oha. Warum sind wir da runtergefallen? Hm. Es stinkt. Oh, die Tod. Die Dunkelheit ist dir testet. Aber du bist in Kontrolle. Hm. Das haue ich auf jeden Fall dafür, aber... ...ich weiß nicht, warum wir da runtergefallen sind. Das ist mir ein Rätsel. So, sie geht selber drauf. Gehen ganz langsam. Halt dich fest, Siloah. Ey, was? Was passiert hier? Wieso kann sie nicht da drauf bleiben? Muss ich da gar nicht entlang oder was? Oh, fuck it, Alter. Der erste... Die ersten Schritte passen... Ah, vielleicht muss ich das fokussieren und dann gehen. Ich hoffe mal. Die Dunkelheit ist dir testet. Du bist in Kontrolle. Ich habe keine Ahnung, warum das so passiert, ne? Ach, man muss das mit dem Pad ausgleichen, ich Idiot. Nein, 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 nein. Nein! Hm. Was ist jetzt passiert? Hallo? Oha. Das ist, glaube ich, nicht gut so schwarz, wie unser Arm jetzt ist. Fuck off. Fuck off. Die Dunkelheit ist destiny. Aber du bist in Kontrolle. So schnell geht's. So schnell geht's. Na, ach, das gibt's nicht. Mann, was passiert hier nur? Wir sehen auf jeden Fall nicht mehr so smooth aus. Verflucht, ey. Verflucht, ey. Ich verstehe es nicht, warum wir das nicht schaffen, ne? Ja, aber warum nicht gleich so? Huh. Ja, klar sind hier jetzt so Viecher wieder, ne? Und zwar richtig viele. Lasst mich einfach nur vorbei, ich tue euch nix, ihr tut mir nichts, alles wird gut. Komm schon, ey, das Tor ist doch so nah, wollt ihr mich verarschen? Der steht einfach davor, der hat sich einfach davor gestellt, oh Gott, ja, oh, hi, ey, dann laufen wir mal schnell dahin, ne? Das war ja was, ey. Und der Arm sieht auf jeden Fall nicht mehr nice aus. Oha, oha, oha. So, you see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Und den nächsten Part haben wir geschafft. Geil. Unser Arm sieht jetzt natürlich nicht mehr so toll aus. Tja. Aber egal, wir haben es geschafft. Müssen wir halt demnächst einfach nur weiter aufpassen. Shit, Mann. Okay, liebe Leute. Das war es definitiv an dieser Stelle wieder. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das Ganze hier auch so nett supportet. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Bist du hier unten in der Videobeschreibung stehen? Meine Let's Play und auch Streamzeiten. Und ganz am Ende seht ihr auch noch ein paar andere Projekte von mir, die ihr natürlich auch tatkräftig unterstützen könnt. Wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.